Ein bisschen uneinheitlich, was die Indizes aktuell gerade leisten. Fangen wir mal mit dem Nasdaq an, denn der gefällt mir mit am besten aktuell. Denn wir sehen, dass wir hier im 4 Stunden Chart so ein bisschen diese Korrekturbewegung noch hatten. Ich mache es noch mal ein bisschen groß hier, damit ihr das besser erkennen könnt. Also die Aufwärtsbewegung, die wir da hatten, gar kein Thema. Alles wunderbar. Dann hier eine Abwärtsbewegung, die ich sag mal mit Unterteilung oder ohne, aber auf jeden Fall sehr korrektiv aussieht. Also entweder so oder von mir aus auch mit diesen Gegenbewegungen, die aber alle irgendwie dann doch mehr oder weniger korrektiv aussehen. Und dann haben wir das Tief hier gehabt und alles, was rechts von dem Tief ist, das gucken wir uns noch mal an. Bevor wir das aber tun, wenn das wirklich korrektiv ist, dann brauchen wir eigentlich nur zu warten, bis das zu Ende ist. Wann ist denn das zu Ende? Orientierungspunkt, so eine Idee dazu sind natürlich, man guckt mal, was war das hier wie so für ein Abwärtstrend? Naja, wenn wir den nach oben verlassen. Also die reine Trendlinie, die haben wir hier schon verlassen. Ihr seht, da sind wir schon oben raus. So das letzte Zwischenhoch, das war noch diese Marke, die hatte ich gestern auch schon mal angesprochen als Hinweis. Naja, wenn die eigentlich überschritten wird, haben wir ganz gute Chancen, dass wir zumindest mal hier oben hinkommen. Das heißt, das alte noch mal überstoßen. Wie viel höher? Das ist schwer zu sagen, denn wir sind ja schon eine Weile unterwegs. Wir sind also schon mehrfach hier gelaufen. Allerdings muss ich sagen, wenn wir dieses hoch durchstoßen, ich glaube schon, dass wir noch eine realistische Chance haben, dass es noch ein gutes Stück weiter eben geht. Also ich bin nicht mal so sehr darauf, dann durchstoßen wir das hoch. Wann war das? Vom Mitte Juni bei ungefähr, das ist aber beim Future so eine Sache mit den Werten. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, das ist hier der Future, Nasdaq 100 Future. Das ist ungefähr bei 15.475 in etwa das Hoch. Also dass wir da drüber gehen, das halte ich für sehr, sehr realistisch. Wenn wir da durchgehen, ist das auf jeden Fall noch mal ein zusätzliches Indiz. Wir haben ja immerhin den Trendkanal verlassen, schon mal. Der ist immer nicht ganz so genau, aber nachdem wir den schon deutlich jetzt verlassen haben, sehe ich da eigentlich ganz gute Chancen, dass wir eigentlich weiterhin auf dem bullischen Weg unterwegs sind. Es gibt allerdings noch eine kleine Abwandlung. Viele von euch kennen das Ganze, und dass der Markt es eine Stufe komplizierter macht. ABC runter, ABC hoch und dann noch mal runter und anschließend erst mal nach oben. Deshalb möchte ich nicht das hohe Lied singen, dass er hier definitiv weiter nach oben läuft, obwohl ich nach wie vor bullisch eingestellt bin, was die Märkte angeht. Das ist vielleicht noch ein guter Hinweis. Irgendjemand hatte geschrieben, lieben Dank dazu zu den Kommentaren, hatte geschrieben, wie kann das eigentlich sein? Ich rede hier immer so positiv und neue Allzeithochs hier bei, den Indizes. Dabei hören wir auf der anderen Seite, dass wir so Schwierigkeiten haben. Sei es mit der Rezession, mit dem ganzen Zukunftsaussichten, die wir da haben. Große Überbewertung bei einigen Titeln, wie die ja beispielsweise. Müssen wir uns nichts vormachen. Das hat mit Realität nichts zu tun. Aber ich sehe das Ganze als Händler. Also ich bin wirklich nur ein doofer Händler, der eben überlegt, was machen die Marktteilnehmer, wo geht der Kurs hin mit dem, was die Marktteilnehmer machen? Für mich ist als Händler nicht so unbedingt wichtig, ist das denn sinnvoll, dass es hochgeht? Oder müsste der Kurs nicht einfach runtergehen? Mit müsste nicht ist eigentlich nicht so viel anzufangen aus Händlersicht. Für mich ist entscheidend, was machen die Marktteilnehmer? Und wenn die Marktteilnehmer kaufen, dann bin ich weiter auf der Kaufseite mit dabei. Dann sage ich nicht, ist aber Quatsch, was ihr da macht. Ist es möglicherweise, aber der Kurs geht nun mal eben nach oben. Und deshalb ist das der Punkt, wo ich eben sage, ja gut, dann mache ich da halt auch mit. Das ist meine Aufgabe als Händler Marktbewegung, so gut es geht, eben mitzunehmen, so gut man das eben kann. Und deshalb hört ihr von mir häufig, dass ich auch mehrere Szenarien, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Kurse deutlich nach unten gehen. Deutlich, deutlich, deutlich. Einige kennen noch mein DAX 8000 Beispiel und sagen, ja, da hast du doch gesagt, es geht runter. Nein, nein, nein. Das Szenario ist bis dahin runter und vielleicht sogar noch ein gutes Stück tiefer sogar. Sehr realistisch. Aber wenn ich mir das Verhalten der Marktteilnehmer im Moment angucke, gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt zu sagen, ich shorte, also ich gehe auf die Abwärtsrichtung, weil das wird als nächstes passieren. Also insofern, das muss man immer mit ins Kalkül ziehen. Als Händler ist immer wichtig, wie sehen die verschiedenen Szenarien aus und an welchen Stellen wird was wieder neu entschieden und an welchen Stellen wird dann entschieden, muss ich da mit größeren Risiken rechnen oder nicht. So und zum Beispiel die nächste Entscheidung, ob es direkt hochgeht oder über diesen Umweg nochmal hochgeht, das wird hier entschieden. Das kann ich nicht vorher sagen. Da müsste ich jetzt rumraten und dann könnte ich in der Hälfte der Fälle sagen, seht ihr, was ich toll alles kann? Ich habe es immer euch gesagt. Es ist aber nicht sehr sinnvoll aus Händlersicht, aus meiner Sicht. Also da betrachtet man das anders. Und ich muss mir dann hier überlegen, ob ich sage, na, dann nehme ich hier Gewinne mit. Und dann ist mir erst mal egal und versuche später wieder einzusteigen. Oder ob ich eben statt Gewinnmitnahme von mir aus den Stop eng hinterher ziehe. Oder ob ich eben sage, na ja, dieses Szenario gibt es ja auch noch. Dann muss ich den Stop aber hier unten irgendwo hinsetzen, damit ich diesen Rücksetzer, der kann ja ein bisschen höher, ein bisschen tiefer sein. Also das ist irgendwie da so eine kleine Bandbreite. Die können wir uns dann ausrechnen, wenn der Kurs dann da unterwegs ist dahin. Aber dass ich dann eben sage, ja, da muss ich den Stop da unten hin machen. Und diese beiden Varianten gibt es. Wenn er viel tiefer geht, hat das mit dem Bullenmarkt nichts mehr zu tun, was ich euch ja seit Tagen im Übergeordneten immer mal wieder gezeigt habe. Das heißt, ohne zu wissen, wenn ich ehrlich bin, ich bin völlig erahlungslos. Ich sage das mal so selbst kreditisch. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Woher auch? Wir haben doch letzt wieder am Wochenende, da kommen Nachrichten raus, wo wir dann sagen, hätte ich nicht gedacht. Das kann doch jederzeit passieren. Also ich bin tatsächlich kein Fundamentalist. Mich interessieren die Nachrichten nicht. Doch interessieren mich schon, ist ja alles spannend. Aber für meine Handelsentscheidung ist nicht die Nachricht wichtig, sondern für meine Handelsentscheidung ist interessant. Was machen die anderen Marktteilnehmer mit diesen Nachrichten? Das heißt, Interesse halber lese ich die Nachrichten natürlich auch gerne. Aber für meine Handelsentscheidung, ich kann noch so sehr da sitzen und sagen, es ist so Unfug, dass der Markt weiter klettert. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber wenn er weiter steigt, kann ich ja nicht Short gehen. Das macht keinen Sinn. Oder gar nicht drin sein. Ja, aber wenn es weiter klettert, das sieht ja dann auch doof aus, wenn man nicht dabei war. Und das ist der Grund. Ich muss damit rechnen, dass es eventuell dramatisch nach unten geht. Damit rechne ich auch, dass das passieren kann. Aber da es im Moment null Anzeichen dafür gibt, dass diese Dramatik ins Spiel kommt, weiß ich, an welchen Stellen ich entsprechend meine Stops setze. Ja, also das ist jetzt hier ein bisschen grob gezeichnet. Ich hatte das gestern im Übergeordneten. Also ihr seht ja die Videos hoffentlich regelmäßig. Dann wisst ihr auch, wo die Marken liegen. Aber so Größenordnung 14.000, bisschen drunter eigentlich müsste das liegen, weil es noch ein zweites Szenario gibt, was sogar ein bisschen tiefer reicht. Also ihr seht, das ist ein bisschen komisch. Ich selber sehe mich gar nicht als Analyst. Klar, was ich jetzt hier erzähle, ist eigentlich ein Analystenjob. Aber als Händler ist die Analyse eine brotlose Kunst. Als Händler muss ich ja wissen, ja, aber wie mache ich es denn dann jetzt konkret? Und das ist das, was ich euch hier immer wieder mit meinen Ideen oder Ansätzen eben vermitteln will. Was mir vielleicht nicht so gut gelingt, aber in der Hoffnung, dass ihr das eine oder andere doch dann sagt, ja, ja, okay, so ungefähr weiß ich ja, was er will. Das würde mich zumindest mal freuen. So, jetzt gucken wir aber mal das, was wir seit dem Tief hier hatten im Fünf-Minuten-Chart an. Und wenn ich mir diesen Tiefpunkt hier mal angucke, das war der tiefste Punkt. Da haben wir da mal eine Linie hin zur Orientierung. Also davor ging es wackelig runter, hatten wir gesagt. Und jetzt gucken wir uns die Aufwärtsbewegung an. Und wir hatten so einen mühsamen Anstieg. Hier war eine Pause. Einen starken Anstieg. Hier war eine Pause. Und noch mal hinten eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr vereinfacht. Und manche bis zum höchsten Punkt. Ich habe jetzt nur bis zum höchsten Punkt gemessen. Alles, was rechts von dem höchsten Punkt ist, gucke ich mir gleich an. Wenn ich das mal so zur Seite schiebe. Manche einer erinnert sich, dass ich sage, so eine Haupt-Trend-Richtung ist Schub, ist Pause, ist Schub, ist Pause, ist Schub, ist Fünf-Wellig. Und das ist so ziemlich das, was wir hier gerade haben. Das ist bis zu diesem höchsten Punkt. Und jetzt bräuchten wir eigentlich, und hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Hier hinten haben wir nämlich auch noch so halbwegs einen Fünf-Weller. Man sieht das hier so eins, zwei, drei, vier, fünf. Bisschen vereinfacht jetzt dargestellt. Aber man kann hier das hinten erahnen, dass sogar die letzte Welle nochmal wieder intern ein Fünf-Weller ist. Das ist häufig, dass es hier vorne ja auch erste, dann eine Pause, dann hier, dann eine Pause und dann nochmal der letzte Schub hoch. Wenn ich das zur Seite schiebe, der ist auch ein Fünf-Weller. Also ihr seht, die erste ist, wenn man genauer hinguckt, auch irgendwie ein Fünf-Weller. Der insgesamtige ist ein Fünf-Weller. In der Mitte ist es, das ist durchaus typisch, das ist die schnellste, die stärkste Bewegung. Die ist fast mehr wie eine Linie und nicht so sehr wie ein Fünf-Weller. Wenn man genau hinguckt, kann man es auch erkennen, aber ist gar nicht so richtig relevant jetzt. Was aber auffällt, wir hatten hier eine Pause und wir hatten hier eine Pause und dazwischen ist eine große Lücke. Da ist keine Überschneidung und das lässt vermuten, dass dieser Anstieg etwas ist, was wir einen Impuls nennen. Das könnte auch sein, eine starke Dynamik, wie auch immer. Es keine Überschneidung gibt und das ist ein klassisches Zeichen für eine Haupt-Trend-Richtung. Das heißt, ich habe den anfänglichen Verdacht, es ging nach oben. Das Ganze steil mit wenig oder eigentlich gar keinen Überschneidungen jetzt hier in den jeweiligen Korrekturen. Das ist die Haupt-Trend-Richtung. Das ist mein Anfangs-Verdacht, den ich im Moment habe. Das heißt, ich habe den Verdacht, alles was in die andere Richtung geht, nach unten, könnte nur korrektiv sein. Und viele von euch wissen das, Korrektiv ist eben gerne dreiwellig oder ist irgendwas mit Vielfachkorrekturen. Jetzt gucken wir mal, vom höchsten Punkt sind wir einmal schnell runter, dann gab es eine Gegenbewegung und wir gucken wieder, die Gegenbewegung war nicht dreiwellig, aber wenn ich die Gegenbewegung angucke, sie war überlappend. Das ist Gegenbewegung, weil überschneiden ist jetzt umgekehrt. Hier war es in die Abwärtsrichtung korrektiv, hier ist eine Aufwärtsrichtung, weil wir sind stark nach unten und wir sind wackelig nach oben. Das lässt vermuten, dass wir das hier nochmal bekommen und das haben wir auch bekommen. Allerdings hätten wir sogar noch ein bisschen Luft. Wie Tiefluft hätten wir? Jetzt habe ich es gerade wieder weggemacht. Also diese Strecke hier typischerweise gerne ungefähr nochmal, dann sind wir hier. Viele wissen, dass solche Korrekturen gerne ungefähr auf dieses Niveau nochmal, das passt ja so halbwegs. Und wir können natürlich nochmal Herrn Fibonacci bemühen, dass der auch was zu tun hat. Da muss ich aber richtig treffen. Seht es mir nach, alter Mann, der trifft das. Ich lache noch. Oh je, oh je, ja habe ich was angefangen hier. Das Problem ist, wie es hier ein, ich muss eine Einstellung hier wieder ändern, ich treffe den Tiefpunkt immer nicht. So und dann den Hochpunkt und einige erinnern sich, dass diese Korrekturen in diese Kiste reinlaufen, nämlich 38, 50, 61. Da sind wir schon drin mit einer engeren Erwartungshaltung, dass es gerne auch noch bis hierhin geht, weil das ist so ein bisschen so Orientierungspunkt hier. Das ist so ein bisschen diese 1 zu 1 Projektion, die wir hatten, also dass es gleich groß ist. Das heißt, hier wird gleich wieder neu verhandelt. Da wird es gleich spannend. Ich habe keine Ahnung, ob der Kurs das macht oder das macht. Ihr seht, da ist der Ahnungslose wieder. Aber ich habe eine Idee, wo ungefähr man hingucken muss, wo es wieder spannend wird. Und nehmen wir mal an, es ist das Szenario. Ich gebe diesem Szenario etwas bessere Chancen aktuell, weil wir ja gesagt haben, hier vorne war schon ein Impuls. Dann müsste irgendwann hier in diesem Umfeld, also theoretisch so ab bald. Wir sind ja schon eigentlich in der Kiste da ein bisschen zu hoch, aber er muss nicht so millimetergenau dahin laufen. Dieser Punkt, falls ihr es nicht lesen, 15.036 beim Nasdaq Future ist das jetzt hier. Dass wenn der Kurs ab sofort dynamisch hoch, also impulsiv hoch, Korrektur macht, wird es so das Gleiche, was wir hier haben. Hoch, Pause, Hoch, Pause, Hoch, Hoch, Pause, Hoch, Pause, Hoch und danach kommt vielleicht diese Korrektur, dann kommt dann diese Korrektur und dann geht das entsprechend weiter, so ähnlich wie wir das da vorne haben. Den Verdacht habe ich. Ich weiß nicht, ob er hier dreht. Ich weiß aber, hier stehen die Marktteilnehmer gleich vor dem Dilemma. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ich kann euch nicht vorhersagen, wie sie sich entscheiden. Ich weiß aber, das findet hier statt und da der Kurs im Moment null Ansatz hat für dieses, ist im Moment noch null Ansatz zu kaufen. Und wenn der Kurs hier durchrasselt, dann ist das Kauftema für mich vorläufig erledigt. Und wenn es zu tief geht, es hängt jetzt davon ab, wie ihr euren Stopp macht, ob ihr euren Stopp nicht schon hier oben hattet, weil ihr nach der fünften Welle sagt, jetzt kommt Pause, da muss ich nicht drin bleiben in der Position. Oder ob ihr sagt, naja, ich erlaube ihm diesen Rücksetzer. Dann gehört euer Stopp hier hin. In der hoffnungsvollen Erwartung, dass es weiter hoch geht. Und zwar wie hoch? Das haben wir eben schon mal überlegt. Auf jeden Fall da drüber. Das heißt, man hätte jetzt, wenn ihr euch das jetzt anguckt, vom aktuellen Niveau wären das noch ungefähr 100 Punkte. Und nach oben wären es vom aktuellen Niveau ungefähr 400 Punkte, 500 Punkte ungefähr. Das sind 5 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich bin kein Hellseher. Aber das sind die typischen, die statistisch typischen Verhältnisse oder Situationen am Markt. Und da gucken wir uns jetzt gleich an, was passiert. Und ich kann mein Trade entsprechend aufbauen, weil ich sagen kann, naja, ich habe ein 5 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich es jetzt auf diese Marken. Ich könnte natürlich auf dieses Bild hier noch gehen, was ich im Kleinen gezeichnet habe. Das hängt davon ab, ob ihr eher Intraday unterwegs seid, also eher auf kleineren Ebene oder etwas übergeordnet. Das ist dann eure Entscheidung. Das kann ich ja nicht wissen, wie viel Zeit oder wie viel Präsenz ihr vom Bildschirm haben könnt und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass euch das damit so ein bisschen klar ist, wie wir auf die Märkte gucken. Also ein Händler guckt typischerweise, also idealerweise nicht mit der Arroganz auf den Chart und sagt, ich weiß eh, was hier als nächstes passiert. Mir kann man da nichts vormachen. Sondern ein Händler guckt da drauf und sagt sich, naja, ich weiß, wo ungefähr was passieren wird, wo typischerweise was passieren wird. Und dann gucke ich mir das mal an. Das ist so ungefähr. Ich sitze abends vor dem Club und da stelle ich mich mal hin und gucke ich mal, wer alles reingeht. Ich weiß, dass ich nicht um 14 Uhr hinstellen muss. Da ist nichts. Da wird nicht großartig was passieren. Ich weiß in dem Fall, wo ich stehen muss und wann ich stehen muss. Da gucke ich mir mal an, was da gerade abgeht. Und dann entscheide ich mich, ob ich reingehe oder ob ich sage, nö, das ist nichts für mich. Das wird heute da nichts mehr. Also das ist so ein bisschen der Ansatz. Nasdaq im Moment sehr interessant. Ich sehe eine sehr gute Chance, dass das passiert. Idealtypisch sollte er vielleicht nicht mehr unter 15.000 gehen. Das hat nichts mit der Zahl zu tun, sondern einfach mit den Größenverhältnissen, die wir haben. Also besser ist, er bleibt oberhalb 15.000, sagen wir 14.980, so ein bisschen tiefer. Das ist nicht Millimeter genau immer. Diese 78er Marke, das ist immer meine Killer Marke, weil dann die Wahrscheinlichkeiten deutlich schlechter werden. Sie werden nicht null. Also es gibt auf jeden Fall eine Fehlerquote, aber sie ist zu meinen Gunsten. Und deshalb ist für uns das hier ein Stopp, die 78 6er Marke. Und die liegt bei 14.931 auf den September Kontrakt Nasdaq Future, also der E-Mini Nasdaq. Also ihr seht, das ist so eine Idee. Im Moment bin ich sehr bullisch eingerichtet. Ob ihr jetzt so super aggressiv hier jetzt einfach einsteigt, das ist nicht mein Ding. Ich würde immer erst lieber das abwarten. Manchmal macht man das, je nachdem, ob man sagt, ich bin so short, ich brauche dringend noch mal einen Long. Dann kann man auch mal hier vorsichtshalber einfach ein Gegengewicht setzen. Aber wir sind tendenziell aktienmäßig, mehrheitlich noch Long. Wir haben zwar natürlich auch ein paar Shorts natürlich drin, das versuchen wir immer ein bisschen auszugleichen. Aber dementsprechend sind wir jetzt nicht zwangsweise. Oh Gott, wenn wir jetzt keinen Long haben, dann verpassen wir enorm was. Aber wenn er jetzt hier das als nächstes macht, die Zwischenhoch für den Einstieg. Das müssen wir jetzt nicht zwingend noch mal bis ins feinste Detail beim S&P 500 raus. Auch der ist, noch mal zur Erinnerung, in die Lieblingszone rein. Das ist auch relativ korrektiv und der Grobansatz hier ist relativ ähnlich. Ist aber beim Nasdaq ein bisschen schöner. Aber das Grundprinzip ist hier mehr oder weniger das Gleiche. Der Dow Jones tickt allerdings ein bisschen anders. Und wer jetzt sagt, das kann ja nicht sein, dass der eine ganz anders ist als der andere. Doch Nasdaq und S&P haben im Moment in den letzten Monaten viel mehr Ähnlichkeit gehabt als zum Beispiel mit dem Dow. Der Dow ist eher mit dem DAX im Moment befreundet, wenn man das mal so will. So und wenn ich mir das mal angucke hier beim Dow Jones. Der Dow Jones hier im 5 Minuten Chart. Wunderbar. Tiefpunkt. Ja, Kurs kam von oben. Tiefpunkt. Gucken wir noch mal nach. 28. Juni Nachmittags. Schauen wir noch mal, wie das hier aussah. 28. Juni Nachmittags. Das war das Tief hier. Und wenn ich mir diese Aufwärtsbewegung angucke, entscheidet selber. Ist das eine bullische Bewegung? Ja oder nein? Also Bullisch insofern. Ja, es geht hier nach oben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn ich mir angucke, wer gefällt mir besser? Wir hatten hier einen deutlichen Rücksetzer. Wir hatten hier einen deutlichen Rücksetzer. Hier schon wieder. Das ist ständig überschneidend. Ja, es geht nach oben. Aus meiner Sicht ist das ein Korrektivmuster. Abgesehen davon ist die Abwärtsseite weitaus weniger korrektiv, als wir das beim Nasdaq eben gesehen haben. Deshalb meine Vermutung. Die Aufwärtsseite ist sehr zögerlich. Ja, es geht hoch. Aber sie hat so viele Kursüberschneidungen. Kursüberschneidungen, müsst ihr euch vorstellen, Marktteilnehmer kaufen. Ja, dann nehmen sie doch lieber wieder Gewinne mit. Oder eben andere. Keine Ahnung. Die dann sagen, es geht wieder hoch. Ich nehme schnell lieber Gewinne mit. Und der Markt geht wieder runter. Das ist nicht überzeugend. Meine Erwartungshaltung hier wäre eigentlich eher, wir gehen vom höchsten zum tiefsten gemessen in die Box rein, die ich hier mal wieder andeute. Ja, 38, 20, 50, 61. Haben wir gestern schon drüber gesprochen. Da waren wir gestern schon halbwegs dran. Jetzt sind wir richtig schön korrektiv in dieser Box drin. Kann auch noch ein bisschen höher gehen. Und dann irgendwo hier in diesem Bereich. Das muss nicht exakt jetzt in der Mitte sein, aber wäre vielleicht auch schick in der Nähe des Trendkanals. Aber das sind nur so Angebote. Die Marktteilnehmer werden da schon ihren Punkt finden. Irgendwo da in diesem Umfeld. Ich sage jetzt mal ganz grob 35.000, Entschuldigung, 34.371. Naja, also bitte nicht so Millimeter genau nehmen, aber irgendwo in dem Umfeld. Genau hingucken, ob nicht nochmal der Dreh kommt und der Markt anschließend sagt, lass uns doch nochmal so machen. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen höher. Vielleicht ist der ein bisschen kürzer. Das wäre mir eigentlich am liebsten, sodass wir schön in dieser Box noch bleiben. Also ich fände es eigentlich schön, wenn wir nicht zu tief runter gehen. Von mir aus irgendwo hier in diesem Bereich fände ich ganz okay, aber besser nicht so tief. Und dann könnten wir später wieder zu den anderen und zu Zugesellen und dann auf die Lungenseite gehen. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine grobe Schätzung, aber im Moment, da dieser Aufwärtsarm hier einfach doof aussieht, korrektiv aussieht, bin ich beim Dow nicht gewählt, ernsthaft die Lungenseite jetzt zu fahren. Nasdaq und S&P sind da vielleicht ein bisschen anders, aber eher hier auf jeden Fall aktuell nicht, sondern wahrscheinlich erst über den Umweg. Ja, es gibt sowas, dass das ein Leading ist. Da habe ich häufig gesprochen. Dann gibt es hier eine Pause, die ist dann noch korrektiver nach unten wieder. Wenn es also jetzt sehr korrektiv nach unten geht, dann kann man auch überlegen, ob man da dann schon long geht. Ich mache das typischerweise nicht, weil ich will, dass vorne ein gutes Commitment ist, so wie hier. Ja, da könnte man sehen, jawohl, die wollen und das ist viel wackeliger. Ja, dann können wir das da mal ausprobieren, zum Beispiel. Ja, oder eine Nummer größer. Ja, Anstieg. Hier ganz klar gewackelt. Okay, da geht es erstmal in diese Richtung weiter. Also ihr seht, das geht auf allen möglichen Zeitebenen. Hier bin ich da, was das angeht, ein bisschen vorsichtiger, weil der Anstieg, ich zeige es nochmal kurz in 5 Minuten, Chart. Das sieht einfach doof aus. Ich mache mal meine Skizze weg, dass ihr das nackig erkennt. Denkt an die vielen Rücksetzer mit den vielen Überschneidungen. Denkt nochmal, wie es beim Nasdaq war. Ihr könnt ja zurückspulen. Da gab es diese Rücksetzer schon auch, aber eben nicht überschneidend. Und dementsprechend sind die in einer anderen Stimmung unterwegs. Jetzt ganz kurzzeitig muss man aber sagen, es gibt jetzt keinen Grund für einen Short. Ihr seht jetzt hier das jetzt im 5 Minuten Chart stark nach oben. Und wenn er jetzt mal im Winzigen für die ganz kleinen Intraday-Händler, also kurzfristigen Intraday-Körpergröße spielt keine Rolle. Für die kurzfristigen Intraday-Händler, wenn er hier im Kleinen so einen Rücksetzer macht, dann ist das für mich auch gerne nochmal eine Überlegung auf der Lungenseite zu sein. Wer mich kennt, weiß nicht ganz so gerne, weil es ein Fortsetzungstraight ist. Der Kurs kam hier von unten. Das ist aber jetzt eine Kleinigkeit. Aber generell, wenn es wackelig nochmal in die Richtung geht, naja, ist ein Zeichen, dann eben entsprechend nicht mehr. So, gucken wir abschließend nochmal auf den DAX, wie es da aussieht. Gehen wir mal auf den DAX Future vielleicht. Werfen da mal einen Blick. Da haben wir im Kleinen jetzt ja auch irgendwie so zumindest mal die Chance, dass das hier vielleicht nochmal wird und wir dann nochmal hochkommen. Das will ich gar nicht ausschließen, dass das der Fall ist. Ich muss sagen, mich würde es gar nicht so sehr wundern, nachdem das relativ scharf runtergelaufen ist, dass wir hier ähnlich wie beim DAO jetzt im Moment in der Anstiegsbewegung sind und nochmal runterkommen. Allerdings muss ich sagen, anders als beim DAO ist das noch nicht so richtig korrektiv hier zu erkennen. Ich mache es nochmal weg. Achtet auf dieses Teilstück da aufwärts. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich so richtig korrektiv ist. Was noch könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass wir hier irgendwie sowas bekommen und dass das noch einigermaßen gut geht. Und dann eben korrektiv runter und dann weiter nach oben. Also da würde ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen. Allerdings muss man auch dazu sagen, alles weg erstmal. Beim DAX sieht man es, da habe ich glaube ich die Zeichnung noch drin. Ne, habe ich nicht drin. Ja doch, hier habe ich sie noch drin. Eigentlich, das wäre mir eigentlich lieber gewesen, er geht da nochmal rein. Dann fühlen sich viele Marktteilnehmer aufgeräumter und fangen dann gerne an, wieder richtig zu kaufen. Also insofern würde das ein bisschen korrespondieren mit dem, was wir beim DAO hatten. Er ist allerdings, wenn auch grenzwertig, aber ja so dicht da schon runter, dass man sagen kann, näher zur Not würde das halt auch schon reichen als Rückwärtsbewegung. Also ich würde jetzt nicht zwingend die Short-Seite empfehlen beim DAX. Das ist mir zu wenig offensichtlich. Aber rechnet damit, dass dieser Rücksetzer ist. Ich hatte euch ja gesagt, alles was über 15.200 ist, killt keinen Bullen. Wenn es da drunter geht, dann eventuell schon. So jetzt habe ich lange gesprochen. Es tut mir leid, aber ich hoffe, dass es euch eine Hilfe ist. Euch alles Gute, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.